Servus, ich bin der Reggie von der Parkettbörse. Ist Parkett in der Küche geeignet? Wenn was passiert, wenn was runter tropft? Ganz ehrlich, habt ihr den richtigen Parkettboden, zum Beispiel mit der Geöldoberfläche, überhaupt kein Problem. Passt auf. So ein richtiger Klassiker. Haufen weiße Kaffee auf dem Boden und ihr seht, das perlt alles ab, auch wenn es Kaffee ist. Selbst wenn das jetzt 10 Minuten steht, überhaupt kein Problem. Wichtig ist allerdings, ihr müsst regelmäßig nachölen. Habt ihr Fragen, kommt auf parkettbörse.net oder in unseren Shop. Ciao.